Hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 5 Und wir haben ein Cargo oder so Ein Militärhubschrauber Ja, ein Militärhubschrauber Es ist eine Mission mit Trevor, keine Ahnung Und ja, wir sind zu zweit, weil The Boys ist unser Kanal Und wir machen da auch immer Videos Deswegen nicht wundern, wenn da immer verschiedene Videos machen Kannst du schießen? Ja, das probiere ich gerade, nee, irgendwie nicht Ich glaube, ich müsste den anderen einfach abhängen Flieg in den rein Oh, nee, der möchte aus Boah, die können nicht schießen Das sieht irgendwie wie Battlefield, glaube ich Ja, das sieht wirklich aus wie Battlefield Wie so eine Mission, ne? Ich meine, der ist voll schlecht, der andere Wie Battlefield Er fängt doch gerade aus Guck mal hier, du hast einen Helikopter gestohlen Er hat gesagt, so einen Militärhubschrauber Und du hast erst mal nur 5 Sterne Nee, 4 Sterne hast sogar nur Gibt es wahrscheinlich mal 5? Ja, aber das ist ja nur Polizei Militär ist ja immer eigentlich 4 Aber geht ja auf Hier gab es ja auch 6 Sterne Ja, das Wie geht dich zum Hangar? Ach geil, jetzt muss ich zu meinem eigenen Flugplatz Soll ich ihn auch bestimmt hinstellen oder so Guck mal, ich habe einen Kampfhubschrauber gefunden Ja, gefunden Und am Boden Der stand da so irgendwo Ja, ja, der stand Genau Was für eine Frau Achso, das ist ein Mann Ja, das ist hier diese Landebahn, wo wir vorhin drüber geredet haben Achso Hier unten in der Schwann Tu es nicht Ähm, ja Richtig könnte man so eigentlich auch Black Ops aufnehmen, ne? Macht das? Ja Achso, ja und bald kommen auch Videos von Call of Duty Black Ops 2 Das macht dann Justin Also Geht doch Also Justin und Pascal Ich bin der, der immer die ganzen GTA 5 Videos macht Und Justin wird dann der sein, der immer die Videos von Call of Duty Black Ops 3 macht Ja Du machst GTA, ja Ja, ich bin halt der GTA-Fan Ja, ist so Wie auch immer Was soll das sein? Voll lustig, wir haben gerade so ein Vogel abgeschossen Das sah so cool aus Auf einmal hast du abgestürzt Boah, jetzt muss ich noch weiter nach Dagegen, ey Ja, leck mich doch am Arsch Achso, ja Hm, bin fertig Ich geh schlafen Ja, okay, das war dann für das Let's Play, was auch immer wir gemacht haben Für heute Ähm, bis zum nächsten Mal Bye Ciao